ja dritte jetzt in den Fall während der Rallye steuer auch jeder mit dem steuer mit dem Fahrtdruck beim ersten Versuch hoch lenken sie die Fahrtungsfahrt ab wir lenken 8 Fahrzeuge hanken sie die Umwerk Fähigkeiten abschließen beenden sie die Mission ohne entdeckt zu werden fickt euch doch ey man es ist doch zum kotzen die letzten zwei haben mich bemerkt alter ja lach mich doch aus du scheiß Affe wo muss denn jetzt hin sonst so scheißen denn ja kein Plan ich war grad bei der Abschlussstelle aber ist nichts passiert oh die Musik hat sich verändert ja Leute ich hab keinen Plan was ich jetzt machen soll da ist die Abschlussstelle die ich erreichen sollte die ich erreichen sollte jetzt was soll denn das jetzt was soll man hier was soll man hier Jetzt ist es mir auch egal Lange rumgealbert Aua Stöbhals Au Hörer Pisser, Alter Mann, wie viel von euch gibt es denn hier? Schon wieder Bananasplit hier überall Scheiß Ohr, weiß schon, dass ich die nicht sehen kann, ne? Ja Das ist sehr schön Und jetzt Nein, ich hab den scheiß Erfolg nicht So, können wir jetzt bitte machen Scheiße, geht mir jetzt schon wieder auf den Piss hier alles, ey Ja, ich bin schon vorne Was zur Hölle ist das? So oder so Geben wir keine Kriegen wir den Turm abrufen Ich höre es Die Fluchten machen es Ihnen nicht leicht Scheiße, ausschuldig Nennst du das für was besonderes? Was ist denn das für was besonderes? Endlich Oh Das Wasser brennt So, können wir jetzt aufhören zu spielen Was zum Fick ist das denn jetzt? Mach bumm So, wer schmeißt das Papier nach mir? Affe Das ist schön hier Ja, keine Gefangenen, die hier Arschlecken, Alter. Dann sehen wir, was sie davon haben. Ich bin schon längst. Okay. Du bist immer noch nichts Besonderes, nur damit du Bescheid weißt. Ich fände es cool, wenn einer von denen hier so über den Boden kriechen würde. Oh, schau, die wartet eigentlich ganz gut. Nice. Vielen Dank. Offenes Gelände. Okay, die lassen wir diesmal passieren. Irgendwie erinnert mich, dass wir gerade... Was heißt, erinnert mich? Fühlt sich, wenn wir Vietnam wären. Zusammen bleiben, Leute. Unten bleiben. Unten bleiben. Unten bleiben. Nie ist nix. Ja. Großartig. Vorsicht nicht weiter. Brennpunkt beim Kampf an der anderen Seite. Was sind die Schweine denn? Ah, Vögel. Scheißwicher. Unten bleiben. Noch ein bisschen lauter. Was? Weiter geht's. Wir sind fast beim Fluss. Was ist denn? Ja. Der Gaulbaum. Wo zum Fick sind die hin? Was zur Hölle ist das? Und wieso steht hier ein scheiß Gaulbaum? Nein, diese Scheiße. Ist das nur klar? Es ist eine Rakete in der Luft. Kommt ihr Jungs jetzt endlich. Auf dem Weg. Haben wir schon die ganze Zeit. Durchhalten. Was? Was? Ich will die Startrappe sehen und wissen, womit wir es zu tun haben. Hubschrauber im Anzug. Runter am Seil. Nicht bewegen. Okay. Aber das fand ich schon ein bisschen cool jetzt. Habe ich mich zu gefühlt als wenn ich es in Vietnam krieg mäßig. Es war's. Nee. Alter. So. Das ist es erst. Egal. Was? Ghost 6. Raketenabschuss. Die Zeit wird knapp. Wie ist eure Position? Eine Minute Marco. Erst meckern wir die anders, die zu spät kommen. Jetzt meckern die uns anders, die zu spät kommen. Lass ihn unterlaufen. Das Arschloch kann auf der Scheiße nicht weit genug fliegen. Du kriegst meine Chance. Aber erst nach mir. Na gut. Bisschen planschen. Ha! Ich bin gerutscht. So unbeholfen. Alter ist überhaupt nicht tief. Die sterben können. Hey! Na Digga? Das geht. Das geht. Norad konnte bestätigen. Und alle Infos über ihr Raketenprogramm holen. Das ist mit unserem alten Freund Rock. Wer wird uns nicht in Ruhe lassen? Rocks Zeit wird kommen. Aber jetzt hat Uhrwerk Priorität. Ja! Ah, die Priorität muss warten, meine Damen und Herren, weil... Ich, äh, ja, gott kein Lust mehr an. Ich werde mich für's zu sehen. Wie immer schon alles in die Kommentare. Ansonsten hoffentlich sieht man sich irgendwo mal online. Tschüss und ciao!